so leute ja willkommen zu einem neuen minecraft wo jetzt und zwar habe ich einen gast dabei nämlich hier sind noch die regeln ja okay wollen wir gleich was ich darf den baum abbauen oder ja wir müssen jetzt ja zeug abbauen am besten bauen wir zuerst mal holz das soll keine nachmache sein von um nein überhaupt nicht davon abgeguckt aber trotzdem darf man das ja und wir haben schon lange in Planung ok das müssen wir dann noch bauen ich meine ob jemand schon im bett oder so das soll man kommen ich mach schon mal ich hole schon mal Steine wo machst du das? ich brauche noch etwas verrückt ach von mir Alex gerade übe Alice wo machen wir die Priorität, ich hab die auf hoch gemacht und es läuft bei mir gleich viel besser wo ist das? du musst halt Task Manager öffnen und dann das Windows 7 oder? ja 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 Task Manager öffnen und dann auf java exe rechtsklick und dann Priorität ändern ich hab dir eine Stein-Pick-Echse geworfen ich hab dir eine Stein-Pick-Echse geworfen nicht perfekt aber besser ja danke ich hab dir was da hingeworfen ich hab gleich auch gesehen, danke irgendwie 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 und da muss ich auf Prozessor beenden klicken du einfach auf Prozessor beenden also Priorität ändern und dann wo hast du das hin? ja hab ich eben gemacht ja das war so ich hab ihn das war ich bin das war das ist das ist die so ganz kurz ja am besten gehen wir jetzt mal und dann müssen wir es gemacht das ist so ein kleines Wort da brauchst einfach sechs Stück unten links ins Dick und dann in der Art wie das Schwert ist okay dann am besten setzt die Werkbank mit und dann gehen wir auf der Reise hin und suchen halt Dörfer und so Dörfer Haus überall hin tun oder gibt es da Nein die Städte lassen wir raus also wir dürfen auch die Kisten leeren und so bist du vorn? aber du hast ne ähm Spielzahke auf dem Rücken ja? ok ja ja oh ja Redstone brauchen wir ist ja noch etwas? Diamanten sind ja öfter ich mache ja direkt eine bessere Spitzhacke 2 wenn es geht oh sechs Stück genau ich glaube ich höre Pferde ja das sind Pferde die bauen ich wir sind Diamanten und ich kann sie nicht abbauen und ich dumm koch wo sind die? also sind die in der Nähe? ja sind wir auch in der Hölle oh ja ich kann die gleich abbauen ich hab sechs Eisen das ist aber mein Diamant wie viele sind da denn? glaube ein oder zwei weiß nicht ja von mir ist ich war noch etwas ich war noch etwas cooler ja hol das mal oh mein Gott das ist fertig du bist laut so ok 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 ja aber nachher gehen wir auf die Reise ist gut was? ah da sind die Dias einer kann doch gar nicht sein eigentlich müssen immer zwei da sein oder? keine Ahnung ist nur einer da? sieht so aus ja kannst du auch haben ja dann behalt ihn oh Spinne ich mach dir auch eine Eisenspitze ok ja gerne ja das muss nicht sein aber wenn du willst ja dann kannst du auch dir meinten ja ja nicht mh n 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 Was abbauen, wenn du noch Lust hast? So. Bist du. Ah da. Ja. So. Hey. Eins. So. Okay, dann gehen wir jetzt los. Am besten. Oh, ich hasse nichts. Am besten, wir kriegen wolle. Ja, wolle natürlich am besten. Versucht der Zombie. Wenn du so blockhitsst, dann kriegst du gar keinen Schaden. Ja. Aber... Ich hab ein Zombie-Fleisch. Scheiße, ich kann nicht mehr rum. Ich folge dir einfach. Was soll ich sagen, kannst du wirklich nicht spielen. Lass... 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 Was geläftet... Okay... Was macht... Stopp mal kurz die Aufnahme, wir können ja schneiden, oder? Ja. Okay. Okay, ich hab gestoppt. Okay. Bist du noch so wieder abzaubern? Ja, ist dir noch vollkommen irgendwie nirgendwo rausgefallen. Ich wollte doch nur essen. Ich wollte doch nur essen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ah! Sob a baaac. Baaac. Komm schon, Äpfel. 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 Ach, Mann. Kommst du nicht drauf? Nein. Wieso? Gut. Yeah. Ja, ganz viel. Ja, es funktioniert. What the fuck ist das? Ich renne mal zu dir hin. Hast du eine Ahnung, wo du bist? Oh, hier. Hä? Warte mal. Ah, da bist du. Weißt du noch, wo das vorn ist? Weil ich muss nochmal neu aufnehmen. Es geht irgendwie nicht. Wie? Es geht nicht. Ja, es hat vorhin die Aufnahme nicht drauf genommen. Nein. Nein. Außer du schickst sie mir per Skype. Nein. Ja. Ja. Jetzt ist du meine Aufnahme, ne? immer in den Platz und dann drückst du die Aufnahmetast und dann guckst du wenn es auch drauf ja es hat auch genaubend kann die Datei nach dem Kreis nun nimmst du gerade nur was sollte es sagen aber ich glaube ich gehe mal zurück zum Sport das ist wahrscheinlich gerade noch auf wenn du die nicht öffnen kannst. Hallo. Warte mal, ich geh zurück zum Spawn. Spawn ist hinter dir. Was? Warte mal, was? Dieses blaue, dieser blaue Fall da, da ist der Spawn. Öh, du bist der Spawn. Du bist der Spawn. Du bist der Spawn, oder? Du bist der Spawn. Du bist der Spawn. Das ist ein Wunderschöpfchen. Die Spawn. Die Spawn. Sie sind in der Spawn. Ich hab hier dieses Zeug immer noch nicht gehört. Okay. Oh ne, da geht's bestimmt nicht. Du bist jetzt wo? Äh, ich komm zum Spawn, wenn du willst. Ich muss jetzt noch suchen. Das ist so ein blauer Pfeil. Ja. Da hättest du schon wieder Nacht. Das Zeug ist gut jetzt. Oh, das Zeug ist gut jetzt. Oh, das Zeug ist. Okay. Äh. Ja, ich bin beim Spawn. Jetzt, müsstest du sein, weil ich jetzt nicht. Ich bin beim Spawn. Ich bin beim Spawn. Ich bin beim Spawn. Ich bin beim Spawn. Ja, ich mach gerade gar nichts. oh mein gott was? warte an warte an du 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 oh oh fuck Ja, egal. Lass das Zeug einfach dort und dann nehm ich jetzt halt nochmal neu auf, ok? Ok. Ich geb dir dann eben ein paar Sachen. Ok. Ich sag einfach, dass du schon angefangen hast. Ja, auch wenn man meine Aufnahme sieht. Stimmt. Ja, egal. Oder warte, ich mach kurz einen Stopp, weil der Part ist eh zu Ende, da mach ich jetzt den zweiten. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.